Boah! Was war das? Junge hast du Glück. Ja, ja, ja. Die GoPro war im Weg. Okay, wie wir diese ausreden. Servus zu Kickbox. Wir sind heute beim FC Freiburg mit Marco Terrazino. Bro, wie geht's dir? Mir geht's sehr, sehr gut. Gleich geht's dir nicht mehr gut, weil wir werden gleich eine richtig fette Tor-zu-Tor-Challenge machen. Aber bevor wir anfangen, würde ich sagen, machst du dich warm. Du weißt ja, ich will mich nicht verletzen, du dich auch nicht. Okay. Let's go. So, Marco. Ganz einfache Sache. Tor-zu-Tor. Klassisch, ne? Du schießt auf mich. Wenn ich den Ball halte, darf ich ihn vorlegen und draufbolzen. Wenn ich den Ball abprallen lasse, darf ich den Ball von dort schießen, wo er liegen bleibt, ne? Bis fünf. Derjenige, der zuerst fünf Tore schießt, gewinnt. Mit Ansage, ich gewinne. Niemals. Let's go. Süng Schaonosang, wer zuerst schießen darf, ne? Joni Klisch-Den-State Wir ziehen trabajar mit lockers und hoch und auftreten, im G lång her. cotti Aber diesmal nicht. Aber kannst schon die Hände benutzen. Du kannst auch fliegen, wenn du möchtest. Ich kenn's ohne Hände. I'm nervous. Guck mal, der geht nach vorne. Let's go. Let's go, let's go. Naja, geschenkt wieder. Komm! Guck mal, der Waff. Ja! Junge, Fingerspitzen! Ah! Guck mal, er nimmt's mir ernst, ey. Was ist los? Komm, komm, schießt! Schießt, ja! Nein! 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 Junge, hast du Glück, ey. Ja, ja. Glück. Junge, hast du Glück. Ja, ja, ja. Kennen wir alles. Komm her! Nein! Was ist da passiert? Vamos! Komm! Uah! Die Siegpterung. uck! Und dann muss eswerte Marsen. Die Siegpterung. Thuchen zum Bett. Hey, nein, Mann, das geht nicht. Bei 3-0 Schneider, oder? Bis 5. Ja, aber kommt noch einer. Der liegt da. Er dachte, der Winkel um rechts, ne? Kommt noch näher. Nein, nein! Platzfehler! Nein, nein! Platzfehler! Geht? Ja! Ja! Gesehen, dass er falsch steht. 3-2. Junge, Junge! Was ist, Marco? Komm! Er ist drin. 4-2, gell? Ja, willst du noch näher? Eigentlich schon. Ja, kommt noch näher. Nein! Nein! Ja! Direkt! Niemals! Oha, einfach sicher, einfach sicher. Ich brauche Bälle. Kamera okay, aber Bälle auch. Oh! Ja, er geht rein! Durch die Beine! Uh! Die GoPro war im Weg! Die GoPro, Bro! Die GoPro! Extra so! Die GoPro! Ja, war gewollt! Die GoPro war im Weg! Egal! Ich kann den Bein nicht zumachen! Okay, wenn wir diese ausreden! Okay, noch ein letzter! Was war das, ey? Was war das? Wie scheiße! Nein! Die GoPro war im Weg! Da war ich überrascht, da war ich überrascht. Bro, komm her. Komm, war verdient. Wer so ein Tor schießt, wer so ein Tor schießt, der verdient, ob du gewinnst. War's gut. Digga, war knapp, das Ding, Mann. War's gut gekämpft. Verdient, Bro. Das Letzte war super. Das Ding ist aber, wir haben im Teil 2 eine Revanche noch. Boah! Jawoll, Junge. War ein 4. War ein 4? Gehört, Scheiße. War gut, Digga. Wollt's doch bescheißen. Auch noch, auch noch. Digga, Mann, du bist Profi, ich muss irgendwie gewinnen. Also, dann kann ich wieder mal das Duchen zu gewinnen. Gerne, jederzeit, jede Uhrzeit. Und jetzt könnt ihr noch die Kickbox hier auf YouTube oder auch auf Instagram abonnieren. Und auch dein Instagram namens Marco Terrazino. Ganz normal, mit RR und Z. Genau, freisportlich, bis zum nächsten Mal. Ciao.